Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Loan. Man mag es kaum glauben. Eigentlich sollte heute das Video kommen, in dem ich euch sage, dass Loan zu Ende ist. Allerdings ist es das anscheinend doch nicht. Grund dafür, ich habe keine Ahnung. Ganz kurz vorweg, bevor wir die Folge beginnen. Ihr seht schon, mein Inventar hat sich so ziemlich komplett resettet und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, den erfahrt ihr aber gleich. Denn ja, wir haben alles mögliche probiert, um die Welt wieder bzw. um Loan wieder so hinzubekommen, wie es davor war oder irgendwelche Fehler. Allerdings hat irgendwie nichts funktioniert. Ganz kurz so, was wir alles gemacht haben. Zuerst mal, es kam ja dieses Infovideo, wo ich euch gesagt habe, die Welt ist kaputt und es kann sein, dass Loan vielleicht gar nicht mehr kommt, wenn wir das Ganze nicht gefixt bekommen. Ja, dann habe ich mit dem Georg geredet und wir haben dann lange, lange daran rumgebastelt oder probiert. Meistens eher, weniger ich. Und ja, bis heute dann zuletzt. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, weißt du was, probier es einfach nochmal. Und es funktioniert jetzt. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit ungefähr 30 Minuten nicht vom Server geflogen. Deswegen hoffen wir, dass nochmal 15 bis 20 Minuten für die Folge hält. Aber ja, wir haben angefangen, den Server neu zu machen. Das heißt, den kompletten Server praktisch nochmal neu aufgesetzt. Hat nichts gebracht. Danach haben wir meine Player Data gelöscht. Hat ebenfalls nichts gebracht. Ich bin immer noch auf dem Server geflogen. Dann haben wir das Ganze auf einem anderen Server probiert. Da hat das Ganze funktioniert. Und also für ein paar Minuten ist nichts passiert. Ich bin nicht runtergeflogen. Dann haben wir die Dateien von dem Server auf den Loan-Server von G-Portal jetzt übergespielt. Und das hat dann wiederum nicht funktioniert. In der Singleplayer-Welt hat es auch nicht funktioniert. Das hat also nichts mit dem Server zu tun. Bei Georg funktioniert das Ganze. Bei mir hat es immer nicht funktioniert. Dann habe ich zwischendurch meinen kompletten PC neu gemacht. Nicht wegen dem Problem mit dir, sondern weil es generell mal wieder Zeit wurde. Und ja, das hat dann auch nicht wirklich was für gebracht. Ich habe jetzt wieder Bees komplett neu installiert. Die Player Data ist nochmal gelöscht worden. Und jetzt funktioniert es. Ich habe es vorhin probiert. Da bin ich vom Server geflogen. Nach fünf Minuten ungefähr. Aber jetzt bin ich, wie gesagt, seit 30 Minuten drauf. Deswegen hoffen wir mal, dass alles so passt und wir Loan weiterspielen können. Okay. Hier drüben ist irgendwie einfach ein Chunk entstanden. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt und was der hier will. Aber ja, wir haben jetzt so einen komischen Chunk mitten in unserem Feld hier stehen. Warum auch immer der da ist. Aber ja, solange er nichts kaputt macht, hoffe ich auf jeden Fall kann er ruhig da bleiben. Warte mal, das würde mich jetzt gerade interessieren, ob der auch irgendwie hier unten ist, so der Chunk. Aber ist er das? Ja, doch ist er, ne? Ja, loll. Hä? Komisches Ding. Okay. Ähm. Ja. Aber wie gesagt, darum soll es nicht unbedingt gehen. Mein Spitzhacken und so Sachen. Ihr seht das gerade hier mein ganzes Momentar. Äh. Eine Sache, bei der ich mir noch nicht sicher bin. Ich habe mir jetzt mal keine Powerarmor gemacht. Denn es kommen immer wieder solche Sachen, wo ich mir denke, Alter, weißt du was? Die T6 sind übrigens gecheatet. Das meiste Zeug hiervon auch. Ähm. Es sind immer solche Sachen, wo ich mir denke, ey, warte mal. Ich bin jetzt gerade nicht vom Server geflogen. Das letzte Mal, als ich das hatte, bin ich vom Server geflogen. Dann lassen wir das seit weg oder probieren es aus. Und jetzt ist mir gerade vorhin wieder eingefallen, dass ich immer eine Powerarmor hatte und vom Server geflogen bin. Jetzt habe ich die Powerarmor nicht und ich bin noch relativ lange auf dem Server drauf. Okay. Aber genug geredet. Ihr seht ganz viele Sachen im Inventar. Ich habe mir meine Tools neu gemacht. Ich habe hier Hammer, Screwdriver und so weiter. Noch ein paar andere Sachen. Ich habe kein Texture Pack. Das habe ich noch nicht runtergeladen. Vielleicht lag es noch daran. Wer weiß. Aber ja. Wir wollen heute unsere Turbinen aufbauen. Deswegen sind wir hier. Unser Reaktor hat, glaube ich, auch ein kleines Upgrade bekommen. Ich habe hier noch mehr, wer ist das, Akkus Akkumulatoren gemacht und da oben Reservoirs, die das Ganze mit Wasser versorgen. Denn die Wasserversorgung, die wir hatten, die hat nicht gereicht und die Neutronenabsorber sind die ganze Zeit geschmolzen. Aber ja. Soweit so gut, würde ich sagen. Die Turbine hinten sind weg. Das heißt, es gibt keinen Dampf mehr, der in den Himmel steigt. Sondern wir werden jetzt High Pressure Turbines aufbauen und hoffen einfach, dass es damit relativ gut funktioniert. So. Und auch wie die meisten Blöcke von Rotary bzw. Reaktor Craft ist auch diese mega große High Pressure Turbine wieder ein Multi-Block, den wir aber variieren können. Das heißt, wir können ihn so groß bauen, wie wir das haben wollen. Bzw. nicht wie groß wir haben wollen, sondern er ist begrenzt auf zehn bzw. acht Blöcke. Zehn Blöcke wegen Steamline und Tetherrack, die da hinten dran sind. Acht Blöcke sind es normalerweise. Also 13 x 13 x 8 ist die größte Größe bzw. Sorry, 13 x 13 x 10. Und ich würde sagen, da das eben, wie gesagt, 13 Blöcke hoch wurde, 13 x 13, müssen wir hier ein bisschen vom Boden weg und zwar mindestens 15 Blöcke. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Deswegen gehen wir einfach mal hin. Wir haben hier eins, zwei, drei von der Steamline. Das heißt, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Das heißt, diese Höhe hier und dann haben wir 15 und gehen hier zwei raus. Okay, das heißt, auf die Höhe kommt jetzt unsere Turbine einfach mal. Ist vielleicht ein bisschen überkrass, aber ich denke mal, es sollte alles hoffentlich passen, wenn wir das richtig bauen. Okay, anfangen wir das Ganze mit Steam-Injektoren, die um diese Steamline gehen. Ihr seht, das Ganze fährt sich jetzt hier und das ist schon mal gut, denn das soll es auch. Wenn es das nicht tun würde, dann hätten wir ein Problem und das Ganze wird nicht so funktionieren, wie es funktionieren soll. Allerdings, mein größtes Problem gerade ist, dass ich mir nicht sicher bin, wie genau, also wie genau ich das ganze Ding bauen muss, damit, ja wie soll man sagen, ich kann euch das schlecht erklären. Das Problem daran ist, wenn ich jetzt hier, sag ich mal, das erste Layer ist das hier, Steam-Injektoren mit Steam-Pipe innen drin, das zweite Layer wird jetzt dieses hier werden. Dass ich jetzt gerade aufbaue. Einen Moment, dauert ganz kurz. Eben kaputt. So. Und hier natürlich auch noch zwei. Ne, es war zu viel, ne? Es sind schon zwei. Whoopsie-Daisy. Okay. Das hier wäre jetzt das zweite Layer und in die Mitte kommt hier eine High-Pressure-Turbine. Allerdings, wenn ich die jetzt setze, dann würde sich das Ganze verwandeln in eine Turbine und wenn ich das dritte Layer dran baue, dann würde kein, wie soll man sagen, dann würde sich das andere nicht verwandeln. Es verwandelt sich auch so nicht. Okay, das ist schon mal gut. Dann hoffen wir mal, dass, äh, dass das jetzt kein Bug ist und es trotzdem funktioniert. Okay. Bauen wir das dritte Layer. Wir werden es nur rausfinden, wenn wir das Ganze fertig gebaut haben. Ähm, das heißt, das dritte Layer sieht dann ungefähr so aus. Ich verlinke euch, also, das Ganze jetzt euch zu, was soll man sagen, ähm, euch, nein, okay, jetzt hat es sich verwandelt. Rest in Peace. Okay, so sieht die High-Pressure-Turbine aus. Wuhu. Okay, das sind also die ersten drei Layer und, ähm, diese erzeugen jetzt auch, glaube ich, schon Strom. Ich weiß noch nicht, warum da diese mega krassen Partikel da sind, aber das ist nicht so schlimm. Bauen wir mal das nächste Layer auf und, oder das nächste Layer einfach nehmendran und gucken mal. Äh, Autsch, Skelett, lol. Ähm, wir gucken mal, wie das Ganze dann gleich wird. Also, ob es sich dann, äh, weiter verbindet oder nicht. Weil, äh, nach meinen Erfahrungen, und ich hab das Ding jetzt einmal gebaut, verbindet es sich danach nicht mehr. Dann müssen wir eine andere Lösung finden, wie wir das Ganze wieder verbinden. Okay, ja, und wie ihr seht, wie sie sehen, sehen sie nichts. Okay, bauen wir mal das, ähm, 4-D-Layer mit dran und gucken, was dann passiert. Oder das ist das fünfte sogar schon, ne? Ja, das fünfte. Und dann schauen wir einfach mal, ob sich's dann vielleicht wieder, äh, vergrößert. Und wenn nicht, dann müssen wir ganz kurz auf Tufelung gehen und gucken, was denn hier das Problem ist. Wichtig ist dann auch so halbwegs, dass wir hier keine falschen Blöcke setzen. Denn in so einem Gebilde hier später den falschen Block zu finden, wird relativ schwer werden. Okay, hat sich erweitert, perfekt. Dann haben wir schon die 5 und dann kommen jetzt gleich die 6 und 7 und das 8e dann zum Schluss. Aber, ey, ist auch schon mal cool. So sieht das Ganze aus. Richtig heftig, die erste Turbine. Und wir haben sie viel zu hoch gebaut eigentlich. Also wirklich viel zu hoch, weil ich dumm bin. Und wisst ihr, warum ich dumm bin? Ach, shit, sollen wir die jetzt abreißen und nochmal neu bauen? Eigentlich ja schon, ne? Oder wir bauen irgendwie zwei übereinander. Das könnten wir auch. Machen wir es einfach so. Zwei übereinander bauen wir. Aber das dann halt, äh, später irgendwann. Okay, ähm, das war jetzt das fünfte. Genau, dann geht's jetzt über zum sechsten. Ah, ich bin so blöd, ey. Ich hatte dieses, ähm, sag ich schon, 13x13x13 im Kopf. Oder 13x13x10. Und deswegen hab ich gedacht, dass das Ding 13 hoch wird. Allerdings ist das der Durchmesser von dem Teil. Also eigentlich nur, ähm, 6x6. Vielleicht die Mitte. Also, 6 Blöcke vom Boden weg, mein ich. Ja, ich bin manchmal ein bisschen verpeilt. Okay. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Nein! Hoffentlich hab ich jetzt nicht alles kaputt gemacht. Das wäre allerdings doof. Bauen wir es erstmal fertig und gucken, was dann passiert. Und hoffen, dass jetzt nicht alles kaputt gegangen ist, wegen dem einen Block, den ich da gerade gesetzt hab. Ups, so. Ach Gottchen, jetzt ist es ganz vorbei. Jetzt wird's nie wieder zum Multi-Block werden. An sich ist die Dubine echt cool, aber komisch zu verstehen. Okay, das wäre der Block soweit. Dann geht's jetzt weiter in Layer 6. Und Layer 6 sollte jetzt, wenn das Ganze richtig funktioniert, ähm, wieder der Layer sein, in dem wir das Ganze, wie soll man sagen, ähm, ups. Und das, in dem sich das Ganze wieder zum Multi-Block verbindet. Weil es immer so abstandsweise passiert. So. Hab ich eigentlich das Restding schon fertig gesagt? Ich glaube nicht. Aber, ähm, ich verlinke euch in der Videobeschreibung, wenn ich's nicht vergesse, eine Seite, beziehungsweise halt ein Link, wo ihr das Ganze hier, oh Gott, nein, 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 was mach ich hier, das war falsch. Ähm, einen Link verlinke ich euch. In dem ihr das Ganze hier angucken könnt, wenn ihr das nachbauen wollt. Ich meine, ihr könnt's auch einfach googeln. Einfach nach High Pressure Turbine Rector Craft googeln. Und dann solltet ihr das Ganze hier finden. So, Schluss mit Läustisch. Und, verbindest du dich? Nein! Töfte, was ist kaputt? Ach, verdammt. Okay, muss Vorsicht sein, meine Spitzhack ist echt schnell. So, das hier war der letzte Block. Dementsprechend gucken wir doch einfach mal, was ist passiert, wenn wir das hier nochmal neu bauen. Und die High Pressure Turbine als letzte setzen. Nichts. Okay, soweit ist das schon mal ganz schön. Dann würde ich einfach mal behaupten, wir bauen mal das letzte Layer hin und gucken, wie das Ganze danach aussieht. Ob es sich dann verbindet und wenn es sich dann immer noch nicht verbindet, dann müssen wir wohl oder übel wieder zurück zu dem Layer, zu dem es funktioniert hat. Wenn das jetzt Sinn ergeben hat, was ich gerade gesagt habe. Warte mal. Das 9er Feld mit einem unten frei. Okay. Das wäre dann immer noch so, ne? Ja, ja. 1, 2, 3, 4. Und auch hier kommt wieder ein 9er Feld hin mit einem unten frei. Ich habe einen Effekt. Was blubbert denn hier? Blubbert der Effekt, den ich habe normal? Ich bin mir nicht sicher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann hier ein rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann rein. Bapp, 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 bapp. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Ups. Echt aufpassen bei den Blöcken hier. So, und jetzt kommt... Nein. Jetzt kommen hier zu guter Letzt noch 5 Blöcke so ran. Die High Pressure Turbine setzen wir schon mal rein. Aber wenn ich gesagt habe, ich setze sie als letztes. Juckt uns nicht. Wir werden sehen, was jetzt gleich passiert. Es passiert was. Wuh, 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 wuh. Okay. Da ist unsere High Pressure Turbine. Krasses Ding, oder? Schon heftig. Und was mich jetzt allerdings interessieren würde, ist... Erzeugst du Energie? Ja oder nein? Was meint ihr? Wir probieren es einfach mal aus, würde ich behaupten. Und sehen, was sich dann so ergibt. Deswegen holen wir uns jetzt einfach mal eine Leadstone Energy Cell. Die craften wir uns mal fix. Lead... Achso, ich habe das hier nicht synchronized, lol. Äh, Leadstone. So, da haben wir sie doch. Das sollte hoffentlich relativ fix gehen. Redstone, haben wir einen Block hier drin. Zack. Und dann machen wir das mal eben. Und die schließen wir jetzt da an. Und dann sehen wir gleich, ob wir Strom bekommen. Vielleicht noch ein Kabel mit dazu. Ähm... Energy. Haben wir das hier? Ender. Ender. Ist das ein Ender? Jo, ist ein Ender. Ist ein Ender, Leute. Ist ein Ender. Und dann sehen wir gleich, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und sonst müssen wir halt wieder eine Turbine hinbauen, wie wir das das letzte Mal auch hatten. So, schließen wir das Ding mal an. Stellen hier... Welche Seite ist das? Die linke auf Input. Okay, so bekommen wir zumindest schon mal keine Energie. Das Kabel verbindet sich auch nicht. Also würde ich fast behaupten, wir brauchen definitiv wieder eine Turbine, die da hinbauen. Da kommen wir nicht drum rum. Allerdings... Ähm... Habe ich die Blöcke, als ich das Ganze hier aufgeräumt habe, im Creative abgebaut. Deswegen haben wir die Blöcke nicht mehr. Und wir müssen uns die Blöcke dementsprechend cheaten. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Ich mach das mal eben. Und dann... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Das... Das Rohr ist geplatzt. Nein! Läu, wann ist denn das passiert? Und warum platzt das Rohr? Damn, son. That's not good. Okay. Ich fixe das mal eben. Wir sind gleich wieder. Das gleich. So, da sind wir wieder back to survival mode. Und die Turbine steht jetzt auch schon. Sogar mit, äh... Condenser hier oben, damit der Steam kondensiert wird. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Bitte, bitte verwandle dich in den Multi-Block, den du sollst. In den du dich verwandeln sollst, wenn wir jetzt diese Turbine hier setzen. Nein! Maa! Okay, das ist schon mal schön. Denn dann wissen wir, dass wir, ähm... Gleich irgendwie... Irgendwie... Ich hab zwar noch überhaupt gar keine Ahnung, wie... Achso, warte mal. Es kann sein, dass das Zeug hier im Weg umgeht. Vielleicht. Bauen wir das mal eben ab. Und gucken mal, ob es dann funktioniert. Dadadada! Nein, immer noch nicht. Okay. Ähm... Äh... Oh Gott, hier ist was falsch. Hier ist was falsch. Nein! Oder? Doch, natürlich. Leute, was haben wir hier gemacht? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das passt schon, das passt schon. So. Oh Gott. Ähm... Dann machen wir das Ganze nochmal von vorne. Bauen nämlich ganz kurz diesen Chor hier ab. Äh... Ne. Packen hier wieder ein Steam-Bypass rein. Hier kommt ein Blade hin. Da kommt... Gleich diese... Oh Gott, wie sollen wir das denn machen? Guck mal, wie wir es denn... Okay, das funktioniert sogar perfekt. Okay, okay, okay. Schon mal alles gut. Jetzt müssen wir uns gleich wahrscheinlich wieder einen neuen Turban-Generator, äh... Cheaten. Weil sich jetzt das Ding da hinten wieder in einen High-Pressure-Generator verwandelt. Oder es macht es nicht und es verweilt sich in den Multiplug. Okay. Äh... So. Dann bist du ja jetzt nur noch du fällig. Und an sich soll das Ganze jetzt gleich funktionieren. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir brauchen noch ein bisschen Glas. Wir wollen ja nicht, dass Steam in die große freie Welt und flirrt und unseren Server wieder kaputt macht. Hatten wir schon oft genug. Ähm... Okay, Glas. Ich hoffe übrigens, dass ihr euer Default-Texture-Pack nicht so schlimm ist für euch. Dass ihr keinen Augenkrebs bekommt davon. Aber hey, komm. So schlimm ist es auch wieder nicht. So, dann... Die Turbine hier ran. Und jetzt müssen wir einfach das Ganze wieder... Kopiepastern. Das müsste ja der letzte Layer sein. Dementsprechend müssen das hier vier sein. Eins, zwei, drei, vier. Und der letzte hier oben dran. Funktioniert nicht, weil da jetzt die Turbine vorsteht. Kann mir jemand erklären, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, das so zu machen? Oder muss ich da jetzt irgendwie ein... Oh, 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 Mann, oh, was macht ich das denn? Oh, muss ich da jetzt ernsthaft irgendwie... Keine Ahnung was. Äh, ein fucking... Jetzt muss ich das ganze Ding nochmal neu aufbauen? Das ist doch so nicht dein Ernst, oder? Das kann nicht dein Ernst sein. Nein, 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 nein. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Ist nicht sein Ernie. Ist es nicht. Oder? Nein, das kann nicht sein Ernie sein. Mann. Aber wie soll es dann anders funktionieren? Wie soll man die Dinge denn miteinander verbinden? Wenn es nicht funktioniert, so wie es funktionieren soll. Wenn die beide miteinander verbunden sind, dann gibt es keinen Multi-Block. Aber ich kann nur schlecht zwei Blöcke gleichzeitig setzen. Es sei denn, ich kann hier irgendwie, was weiß ich, ein Badrock... Hier, wo ist es? Ein Badrock-Schafter zwischenbauen. Zwischen Turbinen und... Aber das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Geht das? Nein. Oder? Doch, nein. So viel zu dick dafür. Ich bin traurig. Warum funktionierst du nicht? Verwandle dich. Wuhu! Mit ein bisschen bitten geht alles. Hör mal. Easy. Wow! Oh Gott, ich bin in die Turbine gefallen. Okay, jetzt aber vorsichtig. Nicht in die Turbinenblätter laufen. Ist noch alles easy. Alter, krass. Ich habe mich gerade erschocken. Okay, das Ding dreht sich. Das ist Töfte. Du bleibst bitte weg von der Turbine. Dankeschön. Jetzt können wir hier hinten die zu einem Energy Cell aufstellen. Und wir sollten sehen, dass wir jetzt endlich von unserem Reaktor, den wir ungefähr 50 vorhin gebaut haben, Strom bekommen. Das heißt, unser Reaktor, das heißt, unser Reaktor ist schon mal fast gut. Ah, ja, doch. Ah, fast. Ah, fast. Fast, fast. Da hin. Verbindest du dich da noch? Hallo? Verbinden. Blau. Ah, er verbindet sich? Okay, okay. Maxi. Ah, Maxi im Pub war nicht eigentlich. Guckt euch das an. Unser Reaktor. Hallo, Creeper. Unser Reaktor erzeugt Strom. Ist das zu fassen? Leute, unser Reaktor funktioniert. Er erzeugt Strom. Und hier oben müsste jetzt auch eher Lightwater drin sein, oder? Ne, noch nicht, aber ist da überhaupt Steam drin? Ne, ist auch kein Steam drin. War halt so zu sicherheitlich. War mir nicht sicher. Unser Reaktor funktioniert. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Unser Reaktor funktioniert. Ich fliege nicht mehr vom Server und unser Reaktor erzeugt Strom. Ich bin in einer riesigen Turbine, die viel zu unnötig hoch ist. Aber das ist egal. Aber er erzeugt Strom. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Unser Reaktor erzeugt verfickt nochmal Strom. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ziel angekommen. Jetzt müssen wir nur noch... Äh. Nein. Nein. Das war absolut keine Absicht. Hi, Heavy Water Extractor. Wie geht's dir? Okay. Äh. Generator. Wo haben wir es denn? Hier. Dann setzen wir das Ding jetzt rein. Way. Also. Ähm. Heißt für uns das gleiche wie gerade eben. Multi-Block nochmal von vorne bauen. Ich würde aber sagen. Ich glaube wir sind am Ende der Folge angekommen. Weil ich hatte jetzt so ein paar Cuts drin. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Allerdings. Ähm. War es auch soweit. So viel gibt es nämlich zu sagen. Ähm. Ja. Ich würde sagen. Unser Reaktor läuft. Unsere Turbine läuft. Unser Generator läuft. Hier hinten wird es dann nur noch ein Testverteint angeschlossen. Und ich bin absolut fucking glücklich. Das war es heute von der heutigen Folge Minecraft Loan. Ich hoffe auf jeden Fall. Euch hat es gefallen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Nichtsdestotrotz. Wenn es euch gefallen hat. Dann lasst gerne eine Bewertung. Na. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde das Ganze jetzt noch in Ordnung bringen. In der nächsten Folge. Seht ihr damit das Ganze auch auszieht. Dann bauen wir auch die zweite Turbine. Und gucken mal wie es dann weitergeht in Loan. Vielleicht war es auch sogar mit dem Projekt. Obwohl es jetzt wieder funktioniert. Warne und Choke. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Und bis dann. Tschüss.